Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück, heute mit einer weiteren Python Challenge aus dem Vorstellungsgespräch, dieses Mal von Facebook, zumindest soweit ich das weiß. Und zwar müsste ich hier eine kleine Challenge lösen, aber ganz kurz, lasst mich vorher kurz das Übliche sagen, wir benutzen hier Python, weil es wie gesagt sehr einfach ist, jeder kann es lesen und es wird tatsächlich in den Challenges auch immer Python gefordert, beziehungsweise häufig Python gefordert, weil es halt quasi Pseudocode ist, ihr werdet dort meistens Pseudocode machen. Ihr dürft mir aber sehr gerne eure Lösung in einer beliebigen Sprache unten in die Kommandozeile, sprich Kommentarspalte schreiben und ja, dann werde ich die Herzen, damit sie möglichst weit nach oben rutschen. Okay, eure Challenge dieses Mal ist folgendes, und zwar ihr müsst zurückgeben, welcher Substring eigentlich der längste ist, aber mit einem kleinen Kniff, hier wieder mal, und zwar Buchstaben dürfen sich nicht wiederholen. Übrigens, das hier ist eine wirklich zufällig generierte Zeichenkette, die man so auch als Passwort benutzen könnte, denn ich habe sie von random.org, die benutzen wirklich echt einen Zufall. Aber ja, im Endeffekt, ich könnte jetzt hierher gehen, R, G, T, U, ah, schon wieder ein T, okay, also 4, ja. Das heißt, ich könnte hier weitergehen und sagen U, T, U, also nur 2. Also T, U, P, I, G, G, M, Y, R, ah, halt, stopp, da waren wir schon, das sind schon wieder 1 zu 4. Ja, also so im Endeffekt ist quasi das Prozedere, und das sollt ihr herausfinden. Gut, die Challenge ist wie immer natürlich uncut, und ja, ich werde die hier coden, während ich gerade auch, also ich kenne natürlich die Challenge schon länger als ihr, das ist klar, aber ich habe noch keine Lösung oder sowas vorgecodet, damit ihr quasi meine Denkart und Weise hier mitbekommt. So, was wir hier machen ist, wir werden durch iterieren, das heißt, wir laufen hier quasi so, wie wir es auch gerade gemacht haben, nur besser als ich, weil ich Fehler mache, laufen hier quasi durch und gucken, gibt es eine Stelle, die vielleicht für uns besser ist. Dazu brauchen wir allerdings, wie wir gesehen haben, zwei Zählweisen, und zwar einmal hier den Kopf und den Schwanz sozusagen, also Head und Tail ist eigentlich ein common Begriff, sozusagen gibt es auch als Linusbefehle, deswegen benutzt man die eigentlich ganz häufig, und zwar RGT, das wäre jetzt mit dem Kopf nach vorne gezählt, während der Tail immer noch hinten bei meinem blauen ist, also quasi da, wo ich markiere, da, wo ich anfange zu markieren, da ist mein Tail, und jetzt ist aktuell mein Head 1 weiter vorne, 2 weiter vorne, 3 weiter vorne, 4 weiter vorne, und dann merke ich, oh, hier geht es nicht mehr weiter, jetzt muss mein Tail nachrücken, bis zu dem Punkt, wo ich hier quasi anfange. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich hier habe, also quasi nach dem T anfangen, dann haben wir hier U-Tel, und dann kommen wir schon an die nächste Sequenz, mein Tail muss wieder nachrücken, also Head ist immer noch hier vorne, und mein Tail ist jetzt hinter dem U, das heißt, ich kann hier weitermachen, und ja, bis zu dem G gehen, und so weiter und so fort. Okay, das heißt, was wir hier brauchen, ist natürlich erstmal die beiden Head und Tail, also Head würde ich erstmal auf 0 setzen, und Tail würde ich auf, ja, würde ich eigentlich vor dem Buchstaben R hier setzen, das heißt nicht auf 0, weil den ersten Buchstaben können wir ja schon direkt quasi einnehmen, also würde ich den einfach mal auf minus 1 hier setzen, und dann brauchen wir noch irgendwie ein Set oder sowas, wo wir uns das reinspeichern können, welche Buchstaben hier eigentlich gekommen sind, das heißt R, G, T, und dann müssen wir uns natürlich R, G und T reinspeichern in irgendeine Liste zum Beispiel, ich schreibe jetzt einfach mal hier, Chars ist gleich eine Liste, so, wo die quasi die ganze Zeit sind. Okay, und ja, dann können wir hier eigentlich schon quasi anfangen, und zwar sagen wir dann, wir haben ja hier S als String bekommen, wir iterieren einmal durch den String durch, das heißt, wann ist denn, wann ist denn Ende hier? Und hier können wir sagen, wir iterieren durch, bis natürlich unser Head irgendwann ganz hinten ist, ja, das heißt, wir sagen hier, while Head kleiner als, ups, als Len von dem String, also solange wir quasi mit dem Head nicht ganz am Ende sind, wollen wir das durchführen. So, jetzt ist die Frage, was führen wir durch? Wir wollen mit dem Head erstmal vorwärts gehen. Das ist quasi meine Art und Weise, nach vorne zu gehen, also plus gleich 1, und ja, dann sind wir hier quasi, Achtung, wir haben hier mit dem Head auf 0 angefangen, das heißt, wir sind hier schon Head, also S von Head, S von 0 ist automatisch schon der erste Buchstabe. Das heißt, wir haben hier schon einen dabei und können hier definitiv sagen, okay, wir müssen vorsichtig sein, das heißt, wir müssen die ganzen Checks hier oben drüber durchführen, und zwar, ob unser Buchstabe, den wir hier jetzt gerade haben, schon in der Liste drin ist. Das heißt, if String von Head in Chars. Wenn String von Head in Chars drin ist, dann haben wir schon verkackt, dann haben wir quasi ein Dings gefunden, ein String gefunden, der, naja, der einen Buchstaben hat, also quasi hier zum Beispiel das T, dann würde diese Abfrage hier True ergeben, weil natürlich das T hier schon in Chars drin stehen sollte zumindest. Das heißt, wir müssten dann hier unser Tail hinter das T ziehen. Das heißt, wir sagen hier, okay, Tail setzen wir nach vorne, jetzt müssen wir uns überlegen, wo ist denn eigentlich, oh, ja, okay, okay, das wird so nicht funktionieren, ich habe es gerade gemerkt. Wir müssen unser Tail nach vorne ziehen, aber nicht, also, wir hätten ja jetzt hier den Head quasi hier an dieser Stelle, wo jetzt der Cursor ist. Wir müssen aber unser Tail nur bis zu dieser Stelle hier ziehen, das heißt, wir haben immer noch ein Substring von 2. Das heißt, wir müssen hier vorsichtig sein, das heißt, wir müssen uns hier tatsächlich einspeichern, wo wir jeweils die ganzen Buchstaben finden. Wir müssen uns quasi die Position einspeichern. So, das machen wir zuerst mal, bevor wir hier weitermachen. Da müssen wir dann vorher gucken. Okay, wir speichern uns quasi hier in Chars rein, wo das ganze Ding drin ist. Also ist gleich, wir müssen aber reinspeichern quasi der Buchstabe, also der Key hier, also das ist jetzt ein Dictionary, okay, das heißt, da stehen so Sachen drin wie zum Beispiel A steht anstelle, okay, schlechtes Beispiel, wir nehmen einen Buchstaben, den wir haben, T steht anstelle 2, okay, das heißt, wir haben hier T auf 2 sozusagen gemappt, das heißt, wir wollen hier den Buchstaben als Key benutzen, weil wir nach dem Buchstaben auch die ganze Zeit suchen. Also S, der String, von Head ist gleich, oh, ja doch, das stimmt, von Head ist gleich, naja, die Stelle, wo der Head gerade ist, so speichern wir das quasi hier rein. Also das heißt, so wo der Kopf quasi steht, diesen Buchstaben speichern wir mit dem Wert hier ein. Und natürlich nur, wenn hier noch nichts drin ist, wobei wir das so oder so machen sollten, glaube ich, ja, doch sollten wir. Okay, und damit können wir jetzt hier oben weitermachen. Das heißt, wir sagen hier oben, wir wollen unser Tail nach vorne ziehen, und zwar bis hin zu der Stelle, von der wir, wo wir quasi eben im Dings hier finden, das heißt, wir würden hier theoretisch S von Head eintragen in die Buchstaben, aber das geht ja hier nicht, weil es ein Problem ist, weil er schon drin steht, sonst wären wir ja hier nicht angekommen. Das machen wir erst danach, das Einspeichern. Das heißt, wir würden hier jetzt tatsächlich hergehen und das auf S von Head raussuchen. Das würde jetzt, also, im Endeffekt wäre S von Head, die Situation betrachten wir gerade. Der String wäre hier, also der Head, und der Buchstabe wäre dann quasi dieses T. Das T ist schon vorhanden, nämlich mit T gleich 2, weil wir das ja hier an der zweiten Position schon finden. Der Head aber ist an Stelle 0, 1, 2, 3, 4. Das heißt, der Head ist an 4, wir wollen Tail auf 2 setzen. Tail auf 2 steht allerdings hier schon wegen dem T gleich 2 hier oben drin. Das heißt, wir sagen hier S von Head, das ist ja das T, das ist der Buchstabe T. Und jetzt holen wir uns den Wert aus dem Chars Array raus, oder aus dem Chars Dictionary, um genau zu sein, wo ja 2 gleich drin steht. Und dann setzen wir quasi Tail hier auf 2. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wenn Tail gleich minus 1 hier steht, Tail gleich 0, 1, 2, dann ist das eigentlich korrekt, wenn wir hier an dieser Stelle landen. Also nicht auf 3, dann wären wir hier, also quasi plus 1 gerechnet, sondern auf 2, dann wären wir hier. Weil wir immer, minus 1 ist quasi vor dem R. Dann wäre 2 hier. 0, 1, 2 vor dem U. Das wäre richtig an sich. Und das wäre, glaube ich, so sinnvoll. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben hier schon mal unser Tail gefunden. Jetzt müssen wir allerdings danach nochmal unser komplettes Chars Array, oder Chars Dictionary komplett löschen, damit wir hier, ja, damit wir wieder leer anfangen können. Und dann fügen wir den ersten Buchstaben wieder ein. Tail verschieben wir jetzt nicht weiter, zumindest aktuell gerade nicht. Damit haben wir quasi unser Tail hier. Und unser Head überprüft gerade das T. Dann iterieren wir eins weiter. Unser Head überprüft das U. Das ist schon wieder hier drin, weil, ah ne, halt stopp, stimmt gar nicht. Das ist nicht hier drin. Sonst müssen wir mit dem Head auch nochmal hier vorne anfangen. Weil da ist ja diese Dinger, ah verdammt, das darf ich nicht machen hier. Weil sonst fallen ja, fällt ja dieses U zum Beispiel raus. Also alles, was zwischen Head und Tail liegt, würde dann rausfallen. Das heißt, ich muss hier irgendwie mein Chars Array mergen mit dem, was ich hier habe. Das ist problematisch. Ähm, updaten darf ich hier dann überprüfen, oder ersetze ich quasi das T gleich 2 mit T gleich 4. Aber ich muss dieses U hier auch noch drin haben. Also muss ich hier, ähm, darf ich das hier nicht löschen. Das darf ich nicht machen. Sonst springt mir hier das Ganze raus. Sonst lösche ich, wie gesagt, mein U hier mit. Ähm, aber wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, das, äh, haben wir hier zum Beispiel, was ist das für ein Buchstabe? Ist das ein Q oder ist das ein G? Das ist ein Q. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich hätte hier noch ein Q drin, ja. Dann müsste ich ja trotzdem, weil mein Tail ja schon hier steht, müsste diese Überprüfung S von Head in Chars, müsste mir False ergeben, beziehungsweise ich müsste hier das Ganze einfach ignorieren. Weil, ähm, wenn da vorne ein Q ist, dann interessiert mich das für meinen Substring ab dem U, ja, nicht mehr wirklich. Also muss ich hier irgendwie noch was machen. Ähm, und zwar genau, ähm, Maximum aus dem, was wir gerade hier haben, also aus dem Chars, die wir gefunden haben, wo quasi der Head gerade ist, das T zum Beispiel, und dem, wo mein Tail gerade sitzt. Also da, wo mein Tail gerade sitzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier an Stelle 2 bin, interessiert mich alles, was kleiner ist als 2 nicht mehr wirklich. Das ist schon mal sehr, sehr gut, ähm, weil so kann ich quasi den Teil hier vorne ignorieren. So, und ja, damit haben wir es eigentlich soweit. Ähm, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welches wirklich die längste Sequenz ist. Jetzt müssen wir noch die, ähm, die Sequenz an sich bauen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Sequenz ist gleich, ähm, Sequenz ist gleich erstmal ein leerer String. Und, ähm, dann mache ich das hier rein. Und zwar sage ich, ähm, meine, meine Sequenz, meine Sequenz ist gleich, ähm, S von, äh, S von Head, äh, Quatsch, S von Tail bis Head. Was mir wahrscheinlich erstmal ein Error gibt, oder? Ähm, lasst uns das mal ganz kurz ausprobieren. Und dann returnen wir hier unten einfach tatsächlich die Sequenz. Äh, lasst uns das mal kurz ausprobieren. Und zwar UOU. Das ist schon mal auf jeden Fall Quatsch. Weil hier RGTU ist schon mal länger. Ähm, das liegt allerdings daran, dass ich einfach die letzte genommen habe. Das ist das UOU hier hinten. Und das U dürfte hier nicht mal drin sein. Weil das ist ja offensichtlich gerade falsch. Ich müsste OUW drin haben. Das heißt, ich muss hier Tail plus 1 machen und Head plus 1 im besten Fall. Dann bekomme ich OUW. OUW, das ist schon mal besser. Das wären die letzten drei hier. Das ist quasi meine letzte Sequenz hier drin. Aber jetzt darf ich das natürlich nur machen. Und dann, if, ähm, Len von Sequenz, ähm, wenn die Länge der Sequenz kleiner ist als, ähm, als Tail, als Head minus Tail. So, Head minus Tail. Das heißt, wenn ich jetzt hier quasi sage, ähm, ich habe eine längere Sequenz gefunden, dann wird die überschrieben. Ansonsten wird die nicht überschrieben. So, und jetzt habe ich J, W, D, O, N, C, A, B, T, S, Z. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ähm, da sind auf jeden Fall keine Duplicates dabei. Und sie sieht mir auch relativ lang aus. Jetzt gehe ich das mal ganz kurz von Hand raus. Den Teil schneide ich jetzt tatsächlich raus. Ihr könnt, wobei, wisst ihr was? Ich mache das einfach kürzer. Ich bin einfach so ein Genie. Ich muss das hier einfach kürzer machen. Okay. Also, wir haben R, Q, T, U. R, Q, T, U und Tupi ist natürlich, Tupi wäre genauso lang. Aber dadurch, dass ich hier kleiner als gemacht habe, habe ich quasi die erste lange Sequenz gemacht. Das geht natürlich auch kleiner gleich. Dann nehme ich die letzte lange Sequenz. Dann müsste ich jetzt Tupi bekommen. Genau richtig. Ich bekomme Tupi. Ähm, also so könnt ihr das quasi variieren. Ist völlig egal. Aber beide Ergebnisse sind richtig, weil sie ja beide vier Zeichen lang sind. Wenn wir jetzt hier nochmal ein Q reinmachen, ähm, dann müssten wir hier Tupi rausbekommen. Genau. Und wenn ich jetzt hier ein A reinmache, R, Q, T, A, U, dann müsste ich R, Q, T, U bekommen. Perfekt. Ja, das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Ähm, jetzt packen wir hier vorne noch ein I rein. Und hauen das U hier raus und das T hier auch raus. Ich muss ein bisschen ausprobieren, ja. Ähm, R, Q, I, A, T, U, P. Ups. Äh, okay. Vielleicht sollte ich... Moment. Ah, natürlich, weil R, Q länger ist als I hin. Seht ihr mal, das Ding hat mich outsmarted. Sehr, sehr gut. Also, es scheint zu funktionieren. Als, äh, kleine Variation davon könnt ihr gerne nicht hier den String ausgeben, sondern die Länge des Strings ausgeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach die kürzeste benutzen. Also, quasi die kürzeste... Okay, das ist ziemlich witzlos, weil man einfach einen Buchstaben nehmen kann oder keinen Buchstaben. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist keine sinnvolle Challenge. Ähm, was ihr aber durchaus machen dürft, ist hier ein paar, ähm, ein paar Unit-Tests, wenn ihr wollt, dafür schreiben. Das wäre doch mal eine super Übung, hier ein paar Unit-Tests dazu zu bauen. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.